Ich freue mich, hier zu sein. Viele bekannte Gesichter, einige neue Gesichter. Schön, dass Sie alle da sind zu unserem Ich-Liebe-Fußball-Talk. Besondere Zusammensetzung heute. Also die Jungs haben ein zehnfach höheres Selektionsniveau. Das heißt, es gibt zehnmal so viele Jungs, die Fußball spielen im Vergleich zu den Mädchen. Aber es gibt ja genauso viele Mädchen. Wir wollen um den Titel spielen. Das steht außer Frage. Aber das wollen mindestens noch neun andere. Was war das Wichtigste, was du von einer Frau gelernt hast? Mithühlen. Keine weiteren Fragen, Herr De Kock. Gerne. Keine weiteren Fragen, Herr De Kock.